Moin Leute da sind wir wieder so wir haben wieder keine keine großen probleme außer unser leben ja ich hänge an meinem leben ich weiß nicht wie viele ob ihr das wisst aber ich hänge wirklich an meinem leben irgendwo und es ist manchmal ein bisschen hart für mich hier klar zu kommen ich sag's euch ich brauche wasser wo krieg ich jetzt wasser her mein wasser aufstand meine wasser auffangstation hier die hat ja noch nichts abgeworfen auch weil das noch nicht geregnet hat kann das nicht mal regnen das wäre meine sache wir haben habe ich eigentlich schon mal sperr gecraftet ich habe einen langen elf lange stöcke habe ich und kein sperr hölzerner sperr und was steinsperr so steinsperr können wir machen so ein richtig gutes ding brauchen wir noch ein liaren seil habe ich sowas hier bei der in den anderen kisten hier ich habe doch so raus damit liane habe ich nicht fertiges liaren seil anscheinend nicht herkommen liaren gürtel wollte ich jetzt nicht machen wir wollen ja nicht übertreiben weil jetzt muss ich erst ein liaren seil machen auch das kriegen wir hin wir brauchen natürlich nur etwas geduld ein bisschen geduld tut uns allen gut da brauchen wir mehr von hier aber da gucken wir so schmale blätter brauche ich auch noch schmale blätter so kann ich zwei seile kräften machen wir jetzt auch gleich wo sind sie noch mal wollen wir heute angeln gehen leute wäre das meine idee mal so zur abwechslung ich würde sagen das ist eine gute idee oder war da aber erstmal machen wir unser spiel hier dass das ist mir ein anliegen hier war der werkbank steinsperr arbeiten eine stunde oder 54 minuten halt ja ist alles das gleiche okay und dann obsidansäge harpune brauchen wir nicht so crafting nahkampfwaffen zählt eine angel als nahkampfwaffe das wäre jetzt ja meine frage oder als was zählt eine angel aber baumstern große erst lalala halbsterne harpune hier fischgeräten nadel ich glaube so was habe ich auch primitiv primitive angelroute langer stock ein knochen und ein sehnen faden kann aus tierischen sehnen hergestellt werden oh gott okay das wird doch wieder zu hart ich glaube das wird wieder nichts ohne schaufel brauche ich einen großen ast so was habe ich auch nicht schade auch naja ok angeln wird heute noch nichts da brauche ich tiersehnen aus tierischen bestandteilen kann ich das herstellen was habe ich denn da aus Würmern bestimmt nicht verdorbenes essen das kann man zum angeln benutzen wow daraus kann man auch nichts machen nää sieht nicht gut aus Lodi sieht nicht gut aus na gut okay man kann nicht alles haben oder belassen wir es dabei man kann nicht alles haben ähm gut heute kein angeln tut mir leid heute kein angeln wir brauchen mehr ähm so wir haben jetzt lange Stöcker haben wir schon eine ganze Menge Orang Orangenbaum haben wir hier alter habe ich jetzt auch mein Speer das habe ich aber nicht ausgerüstet ne Steinspeer kommt an der Hammer an der Hammerstelle so okay kann ich damit jetzt die Skorpione hier das wäre so eine Sache dass ich hier vernünftig durch die Höhle laufen kann ohne mich hier an Skorpionen zu schneiden oder zu stechen oder was auch immer die mit mir machen auf jeden Fall sind die gemein zu mir ich warte da ist einer ihr seht den kaum ne ich seh den aber warte ich muss ihn schmeißen das ist so in etwa und da ist noch einer äh zack ich muss echt aufpassen sie sind die sind einfach nur schwarz und hier ist alles so dunkel da muss man erstmal was erkennen da ist einer aber wenn man aufpasst kann man sie sehen aber da muss man schon gut aufpassen äh hau ab du blödes Ding hier da guck mal wie töd ich ich bin schon wieder fast tot das ist das ist nicht das was ich will dieses Skorpionviecher ey die haben ja schon eine ganze Menge Leben gekostet und das Schlimme ist hier draußen sind die noch viel schlimmer eigentlich naja äh okay aber wir machen trotzdem weiter ich lasse mich hier nicht nicht beunruhigen seh ich gar nicht ein vor allem nicht jetzt mit einem guten Speer hier ich glaube wir können hier sehr gut auf uns aufpassen dem Tode nah wir halten einfach durch wo bin ich hier gerade auf dem richtigen Weg zu den Orangenbäumen ich müsste gleich noch schon Kurzohr-Hase oder wie die heißen da hinten ist einer boah ein Glück geht doch sag ich ja man muss nur hier ist ein Orangenbaum die nehmen wir alle mit hier auch boah Orangen da bin ich ja mal gleich ein bisschen gespannt inwieweit die uns gut tun Inventar Orangen 10 Wasser 2 essen das ist gut das ist gut 1, 2, 3 4 5 6 so und mit dem Rest warten wir noch ein bisschen aber das fühlt sich doch schon mal gleich viel besser an dann sind wir nämlich schon mal damit gut versorgt ein bisschen Kamille können wir auch noch mitnehmen davon kann man nie genug haben und dann gucken wir hier mal ein bisschen rein und immer ein Auge offen halten für Skorpione und Schlangen und so aber ich glaube hier haben wir keine großen Sorgen was sagt die Karte hier ne hier sind wir Platonia das sind diese komischen anderen Dinger die ich hatte Steinhaufen auch gut ja Kamille ja wir können hier ein bisschen in die Richtung gehen glaube ich oh au 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 zwei Schaden durchsturz ich glaube das nicht wenn das so weiter geht bin ich bald tot wieder was heißt wieder also überhaupt noch so aber ne was ist äh kann ich hier Karte malen Kartierung geht das hier ich bin runtergefallen und ich hab zweimal kartiert obwohl hier nichts war ich bin so schlau Leute warum tut ihr mir das an mein Leben ist schon wieder gefährdet wir sind schon wieder mitten in der Nacht ich hab schon wieder irgendeine Verletzung hier ach ein kleiner Schnitt warum hab ich einen Schnitt aber Chance auf Erholung ist ganz gut überlastet bin ich auch noch ja Leute ich geb nicht auf ich mach weiter wir gehen jetzt erstmal zum Schlafen ich brauch ne Runde Schlaf Erholung das ist jetzt nicht das erste Mal dass ich das sage aber aber ähm es bleibt dabei ich brauch trotzdem Schlaf und Erholung aber ich hoffe dass wir jetzt ohne schlechtes Gewissen von hier oben in die Höhle rein können ohne dass uns irgendwelche Viecher angreifen bin ich hier nicht richtig war hier nicht der Eingang ähm ich glaub ich bin in den falschen Eingang reingegangen hier ist der Eingang wie komm ich denn hier runter ohne Schaden zu nehmen kann mir das jemand erklären oh nein 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 nicht runterfallen nicht runterfallen nicht runter ah 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 ne das lass ich nicht auf mir sitzen Leute Einstellung fortfahren pausieren kann ich nicht einfach neu laden speichern und beenden kann ich nicht einfach so beenden warum und jetzt bin ich hier bei meinem ersten Lager auch noch das bringt mir ja auch gar nichts was mach ich hier hier will ich doch gar nichts oh Leute alles nehmen so schöne Sache na gut okay jetzt ist zumindest mein Leben wieder halbvoll ist das was Gutes ich ich würde mal sagen ja irgendwie oh aber das ärgert mich gerade richtig ich meine okay es war ein bisschen Blödheit ich gebe es ja zu aber trotzdem ärgert mich das vor allem würde mich jetzt interessieren ob der Kram jetzt wirklich hier liegt wo bin ich denn hier runtergefallen das muss ja hier irgendwo gewesen sein hier heruntergefallene Tasche alles nehmen gut jetzt kann ich mich aber nicht mehr bewegen wer hätte das gedacht wer hätte das gedacht ich kann jetzt zumindest das Spiegelei essen und Orangen eins zwei drei so ich kann mich immer noch nicht bewegen ich bin immer noch zu schwer viel zu schwer ähm dann kann ich natürlich in die Hand nehmen achso habe ich hier in der Hand Axt Stein Axt und Dings die Stein Axt kann ich die reparieren dann habe ich keinen Stein mhm ich brauche einen Stein um die Stein Axt zu reparieren wer hätte das gedacht was schmeiße ich denn weg schmale Blätter gelbe Blätter ein paar gelbe Blätter wollen wir das so machen und ein paar hiervon weg mit den Blättern zehn lange Stöcke die behalte ich komm den Rest muss ich doch tragen können es geht wirklich nicht es geht wirklich noch nicht ähm habe ich kurze Stöcke zwei Kilo Tabakblätter wow die Tabakblätter sind nicht gerade leicht zwei Kilo Tabak ey da kannst du aber gut mit da kannst du ja netten Abend machen wollte ich gerade sagen den fetten Stein den fetten Stein wollte ich eigentlich behalten ach komm nehmen wir morgen mit unsere Errungenschaften die wir jetzt haben die packen wir einfach in die Höhle rein und dann passt das schon warte 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 ist hier nicht ich muss doch irgendwo der Höhleneingang sein hier oben ne das ist nur viel zu dunkel ich sehe schon wieder nichts mehr hier wo kommt der Skorpion her ich habe die doch alle gekillt blöde Skorpione geht doch nach Hause Spannerei ähm okay was habe ich hier hier kommen rein Würmer die Stöcker kommen hier rein so ähm mein eines Seil sicherlich nicht die Langstöcke auch ja ja die kommen da auch rein Federn kann ich hier noch ablegen Würmer habe ich nicht Pilze auch nicht Rinde so der Rest kommt dann gleich in eine andere Kiste hier was haben wir hier gelbe Blätter grüne Blätter hier ist der Kram auch übrigens noch ein paar Stöcker und sowas ja alles schön und gut aber auch nichts ansonsten aber hier in der Kiste hier können wir die Tabakblätter reinpacken Eukalyptus die hier auch und Hibiskus guck mal von dem Zeug habe ich eine ganze Menge ich will es ja nur mal erwähnen Skorpione haben wir auch schon einige einen Kurzohrfuchs haben wir auch schon Kamille elf Kamillenblätter was will man mehr das Lianenseil eins nehme ich gerne mit eins behalte ich gerne und dann würde ich sagen ich schlafe jetzt erstmal eine Runde fünf Stunden sagen wir sogar sechs macht keinen Unterschied fünf Stunden ist gut so was mich noch interessieren würde Inventar hier Wasser des Lebens habe ich zweimal das kann ich jetzt verwenden Wiederherstellung 30 guck mal hier so viel wird wiederhergestellt von meinem Gesundheitsstatus das machen wir das nennen wir doch und dann habe ich noch eins ah guck mal jetzt äh ja 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 so muss das sein so finde ich das gut okay ähm neuer Versuch Leute neuer Versuch oder wie gehen wir jetzt vor ich brauche auf jeden Fall immer noch hier große Bäume und sowas alles und wir müssen den Weg bis hier hinten würde ich gerne mit auf der Insel mit mich durchkämpfen deswegen gehen wir weiter wir gehen noch mal warte ich brauche noch mal aber trotzdem einmal wobei wir können unterwegs irgendwo einen Stein aufheben und das machen damit ich meine Axt reparieren kann wieder wisst ihr das muss ja auch sein da finden wir unterwegs einen Stein da gehen wir dran vorbei irgendwo okay irgendwo lebt hier noch ein Skorpion der uns gestern Abend gestochen hat ups jetzt bin ich äh wo ist der da wunderbar ich hoffe jetzt sind wir von den Skorpionen hier frei zumindest erstmal 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 das muss nichts heißen das sagt einfach nur aus erstmal wenn ihr wisst was ich meine hier da ist der Kram von gestern ich nehme die ganze Krempel wieder mit hier können wir zur Not wieder ablegen wenn wir irgendwo sind und Platz brauchen aber erstmal nehme ich das so mit ich laufe auch gerne mal ein bisschen schneller heute weil ich habe ja jetzt schon so viel Zeit wieder vertrödelt theoretisch müsste die Folge schon fast wieder rum sein oder ich bin hier einfach viel zu lahmarschig will ich jetzt nicht sagen aber das trifft es ganz gut da waren gerade Schmetterlinge und ich kann sie nicht genießen weil ich hier da ist einer dich sehe ich doch von Weitem du fang nicht an mich zu ärgern ich bin heute vorbereitet ich habe meinen Steinsperr dabei nicht dass mir hier einer in die Quere kommt heute kann ich gar nicht gebrauchen irgendwann werde ich auch mal böse ist einfach so ich will hier auch mal weiterkommen ist natürlich blöd wenn man irgendwie ständig mit Kleinigkeiten kämpfen muss die einen hier irgendwie in den Weg gepackt werden so wie solche Viecher aber sieht man wie selbstbewusst ich jetzt an die Sache rangehe ne wenn mich jetzt so ein Viecher angreift dann sage ich mir dann einfach dann nicht guck mal an hier hier haben wir auch kleine Steine Steinablagerung interagieren ich kann wieder nicht laufen aber kein Problem wir können erstmal unser Steinäxt reparieren da brauchen wir nämlich so ein Stein zu wunderbar und ja jetzt habe ich eigentlich so viel Material wieder dann möchte ich gleich wieder nach Hause gehen und auspacken aber ich kann ja auch sagen Inventar die beiden großen Steine und zwei kleine Steine die lassen wir hier einfach liegen und dann können wir hier noch recht entspannt gehen und den Weg nochmal weiter gehen hier und auf dem Rückweg können wir dann immer noch gucken was wir hier machen aber so ein kleines bisschen ich habe doch gerade wieder irgendein komisches Geräusch gehört es hat sich wieder angehört wie ein Skorpion oder so ok Karte guck mal hier ist nichts können wir hier Kartierung machen kein Kartierungswerkzeug ja jetzt habe ich wieder keine keine Holzkohle dabei da hinten ist noch so ein Baum kann so ein Kartierungsbaum hier unten sind so eine Bäumchen bum 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 woher was ist hier Stöcker ein großer Stein das sieht interessant aus hier ist auch ein großer Stein Leute was haben die hier gebaut aber das sieht mir schon sehr stark nach Ureinwohnern aus hier ganz ehrlich da ist eine Schlange ach ich ich erkenne die doch gleich kein geeignetes Werkzeug warum nicht na denn nicht ist das noch eine Schlange nee verdorbenes Essen ok muss ich hier aufpassen dass hier Schlangen rumliegen oder was ich höre hier schon wieder Geräusche wo ich nicht zwei mal zwei Schaden genommen hör aber auf wegen so einem kleinen Busch oder was guck mal das wieder so ein Viech also diese Kurzohrhasen die mache ich ja schon ganz gut platt muss ich sagen Schlangen Skorpion ich bin schon gut also auch die Tierwelt komme ich schon gut klar ich habe mich jetzt nur noch nicht an die Wildschweine rangewagt ne oh Steine gibt es hier auch noch gebt mir eure Steine auch wenn ich denn kaum noch laufen kann links oder rechts dann gehen wir nach rechts hier geht es nach oben oben ist immer gut hier ist noch ein fetter Stein aber guck mal was hier für Wege sind also da hat sich schon jemand was bei gedacht dass man hier lang gehen soll auch das heißt hier wird es auch irgendwas geben noch was ist das hier sieht aus wie eine Schießscharte wenn man die Insel verteidigen möchte ups ich habe ein Loch im Boden noch mehr Steine wie passiert eine Aussichtsplattform ok es geht hier auch immer weiter hoch noch wo bin ich jetzt immer noch sehr nah an meinem an meiner Heimat wollte ich gerade sagen wir kämpfen weiter Leute ein Haufen Schrott die mit ihrem Schrott immer können ja nicht auch mal gute Sachen liegen ein Haufen Gold zum Beispiel wie wäre das mal na gut da kann ich mir jetzt auch nichts für zwei Skorpione ich sehe sie von hier ja zack und noch ein zack ja ich sage ja ich bin hier pfiffig ne mittlerweile mittlerweile habe ich es raus da weiß ich was hier geht in dem tiefen Gras hier sehe ich natürlich keine Skorpione aber was ist hier schon wieder finstere Höhlen mag ich ja gar nicht was hier da hätten es wieder was zum entdecken das blinkt so komisch hin da klettere zum weißen Schild geschafft wie zerbrochene Platte Lied der Vögel oh ist das mein Lied ich bin ja ein Vogel der pleite Vogel Vogeltrank ich nehme den einfach mal mit gehe zum richtigen Zeitpunkt Blick vom Berg die Insel Hoffnung umsehen sollte ich indianische Observatorium gehen am besten tagsüber bei gutem Wetter sonst kann ich nichts sehen bei Mittagszeit und guten Wetter tun oh Gott na gut ist jetzt kein gutes Wetter oder was jetzt ein bisschen windig stell dich mal nicht so an ey das ist die Rückseite alter guck dich das da an wow schlechte Sicht ich muss zum richtigen Zeitpunkt früher kommen okay oh wartet da hier ein Skorpion Gefahr gebannt Leute macht euch keine Sorgen um mich warte hier ist noch was das blinkt wieder so ah indianisches Observatorium okay was auch immer mir die da damit sagen wollen aber okay gehe ich jetzt hier lang weiter oder gehe ich wieder ich muss ja eigentlich wieder zurück und schlafen gehen ich bin vollgepackt bis zum letzten meine wir sind aber weit gekommen heute guck mal das war ein weiter weg ich könnte auch ein Bett bauen hier aber das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an hier waren wir noch nicht hier ist auch wieder was blitzendes hier hinter hä hä nee okay hier lang jetzt weiter ist eigentlich gar nicht meine ich muss ja nach Hause ist spät Leute ich muss ins Bett ist spät wir haben keine Zeit da müssen wir die Tage machen ich kann hier jetzt nicht einfach weiter rennen wir gehen jetzt gemütlich nach Hause und dann gucken wir mal die nächsten Tage wie wir uns hier weiter entwickeln können welchen Weg wir gehen was wir machen es war auf jeden Fall auch wieder eine schöne Sache dass wir hier ich finde es gut dass ich das gefunden habe das wird mir weiterhelfen zumindest mental wird mir das weiterhelfen dann habe ich nicht mehr das gefühl dass ich hier einfach nur total blödsinn mache und nicht mehr weiter organisch auf die reihe kriege hier würde ich gerne runter springen jetzt nein nein nicht wirklich nicht wirklich springen so meinte ich sind wir gar nicht gegangen aber das kürzt den Weg wohl ziemlich ab hier weil hier müssen wir hin da hinten ist unsere Höhle hier runter Oh Leute die ist tot die hatte ich erledigt die konnte ich nur nicht mitnehmen weil ich kein Messer habe zumindest keins warte mal ich habe wirklich kein Messer in der Tasche warum eigentlich nicht ich will jetzt auch keins bauen ich möchte erstmal nach Hause um wieder zu Kräften kommen ich fühle mich hier wie ein Profi aber hier Interaktion ernten G umschneiden jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen wunderbar Vogeltrank und indianische medizin hergestellt vom Wasser des Lebens verleiht vorüber geht die Fähigkeit Tiere durch Hindernisse zu sehen okay verdorbenes essen brauche ich nicht skorpione was schmeißen würde weg das zeug hier obwohl das war ein bisschen viel ich wollte jetzt ja nicht alles wegschmeißen ich wollte hier nur weiterkommen man muss ja auch mit der realität gehen so ein bisschen die realität ist manchmal recht vernünftig soll ich hier runter springen das ist mir noch zu hoch wie hoch bin ich denn geklettert hier ich renne hier die ganze zeit schon runter immer weiter runter und runter aber irgendwie bin ich immer noch so weit oben ich war echt ziemlich weit auf dem berg aber bin ich hier nicht gerade runter geklettert nein alles gut nix aber keiner einfach nur gut alles hier aber und hier ganz vorsichtig okay und jetzt noch mal ganz vorsichtig hier seht ihr das wie gut ich wunderschön so will ich das hier öfter haben ist weg hier bevor dieser vogel kommt auf vögel habe ich heute keine lust mehr haben wir heute irgendwas erfolgreiches gehabt wenn wir hier schon mal in gang sind heute was ist das hier vor bäume platonio ja die enden wir und die und die schmerzen wir weg gar kein problem den auch und die schmerzen wir auch gleich weg es war ein bisschen viel aber es ist erzählt der der gedanke dahinter ich weiß nicht ob das jetzt was gutes ist aber ja der gedanke ist es erzählt so ihr wisst was ich meine hier sind die orangen bäume oder und dann kommen wir als nächstes da hinten stehen sie die palmen ich kann ja langsam ich lerne immer mehr die umgebung kennen und ich überlege gerade auch schon habe ich mein standort wirklich so gut gewählt sollte ich mein standort nicht vielleicht woanders hinsetzen oder vielleicht auch sollte ich noch einen zweiten standort bauen das ist natürlich auch was was möglich wäre und wird mich diesmal ein skorpion angreifen obwohl ich hier alle vernichtet habe also wirklich alle ich achte ich achte ich achte gerade darauf ich konzentriere mich achte auf jede bewegung die ich am boden sehe aber ganz ehrlich hier ist nichts ich habe sie alle platt gemacht irgendwann muss ja auch mal schluss sein ich kann ja nicht ständig hier irgendwelche skorpionen haben aber ich glaube wenn ich richtig verstehe das spiel da werden die demnächst wieder spawnen nach einigen tagen aber das werden wir schon mitkriegen wenn die wieder gespawnt sind so wir sind zu hause angekommen ok erstmal hier bei der kiste was können wir hier da lassen einmal den abfall vogeltrank können wir auch da lassen die kurzohr füchse mehr passt da nicht rein ich glaube das nicht mehr passt hier nicht rein ok wir lassen einen da drin die restlichen können wir morgen braten oder so keine ahnung haben wir hier noch was paar stecker ein stocking da rein ein paar gegen hier noch rein steine lässt auch schon nach hier und schon ist wieder meine kisten sind wieder alle voll hier ich glaube das nicht ja ja genau so ist das leute auf jeden fall legen muss schlafen bis morgen und dann gucken wir mal wie das morgen wieder weitergeht und dann haltet euch fruchtig leute mal wie das geht